willkommen zu ein neues video auf meinem kanal lange ist es her dass ich das letzte video hochladen habe aber ich habe jetzt endlich was gefunden für euch nicht gut sind in unity euch die schritte zu zeigen was ich so weiß wie man ein avatar hochladen tut alles was ich so weiß gebe ich an euch in dieser tutorial reihe weiter in dieses video behandeln wir die navigation mit unity das gehört halt dazu empfangen wir jetzt mal an und zwar wie ihr euch hier in der mitte des feldes bewegen könnt und das ist wirklich einfach das mausrad gedrückt haltet könnt ihr euch so bewegen ja ja das ist tatsächlich der erste step und wenn ihr jetzt die kamera bewegen wollt so um 180 grad müsst ihr die rechte maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr solche bewegungen ausführen so das dazu wenn ich jetzt hier die ich mache jetzt mal ein beispiel wenn ich jetzt hier so das bewege und ich möchte jetzt ganz nah an was ran dann bin ich ja hier jetzt in diese ansicht und dann schiebe ich das so ich wechsle zwischen rechte maustaste immer hin und her mit dem mausrad klick so und so könnt ihr euch im projekt selber bewegen tatsächlich und wenn ihr rein und raus rollen tut mit dem mausrad geht es ja auch das zu der bewegung in der hinsicht ihr habt noch möglichkeiten mit den pfeiltasten auf eure tastatur so nach vorne nach hinten links rechts die bewegung auszuführen das geht sogar ein bisschen smoother wenn ihr die pfeiltasten verwendet alternativ könnt ihr auch die numm tasten drücken numm acht um nach vorne zu gehen numm zwei um nach hinten zu gehen numm vier für links numm sechs für rechts und ja so könnt ihr euch auch bewegen so und wenn ihr alt gedrückt haltet dann kommt hier so ein zum auge symbol und wenn ihr dann mit der maus mit der linken maus drückt dann könnt ihr euch auch so bewegen so dass zu der navigation im raum des projektes so jetzt haben wir uns damit beschäftigt jetzt kommen die einzelnen bereiche in gesamten was ihr hier so seht so also das hier ist im prinzip euer projekt also alles was ihr hier rein stopft das ist jetzt hier der dummy wenn ich jetzt hier auf den dummy klicke kann man im öffnen und unter öffnungen machen was der avatar bringt und alles drum und dran als beispiel mit welten geht es genauso nur dass es dann noch fülliger wird hier was die ganzen sachen angeht das hier ist euer wichtiger bereich um alles was man machen kann im projekt das dazu ich behandle das in ein anderes tutorial noch mal ein bisschen genauer wo ich euch dann zeige mit klamotten oder mit allen drum und dran aber das kommt dann später so das zu diesem bereich so der nächste bereich ist der hier das ist euer ordnerbereich komplett wo im prinzip wenn ihr eine datei reinladen tut und alles mögliche da reinladen tut bleibt keine grenzen offen ihr müsst nur dabei bedenken alles was ihr in eurem projekt reinballert das projekt immer größer also wenn ihr wirklich so ein xxl projekt macht und ihr habt hier unten hunderte ordner dann ist es zum anderen wenn man es nicht richtig sortiert hat kann es sehr überladen wirken so da ich aber bei mir hier nur aktuell diese zwei ordnerstrukturen habe ist halt noch nicht viel drin ja das zu diesem bereich so kommt der nächste das wäre der und das ist eigentlich ganz einfach erklärt wenn ihr jetzt hier auf der seite ein ordner angeklickt habt das was im ordner drin ist wenn ihr es anklickt ja da ist dann alles gespeichert was ihr da so rein gesetzt hat so dass dazu viel muss man bei diesem bereich nicht wissen in späteren tutorials seht ihr dass das man sehr oft braucht genauso wie hier oben ok so dann kommt der nächste bereich und zwar der hier das ist jetzt aktuell noch mit nichts gefüllt weil ich auch nichts hier in den ganzen projekt eingesetzt habe da werden später so bestimmte sachen folgen aber das behandeln wir dann auch in ein anderes video ich würde sagen für das erste video sollte das erstmal ausreichend sein ich werde jetzt viele einzelne videos machen wo ich auf bestimmte themen eingehe weil sonst werden die videos extrem groß war es das jetzt mit dieses video hier ich hoffe es konnte euch die ersten steps mit der navigation etwas helfen würde ich mal sagen haut rein habt noch einen schönen tag wann auch immer ihr euch dieses video anschaut und haut rein